Eigentlich ist es egal, was man in den Bergen im hochalpinen Bereich so unternimmt. Diese kleinen Helferlein können einem das Leben retten oder zumindest den Alltag sehr stark erleichtern. Es geht natürlich um Karabiner. Im heutigen Grundlagenvideo 1 übers Bergsteigen möchten wir dir alles zum Thema Karabiner erklären, welche du brauchst und was du mit welchem Karabiner am besten machst. Los geht's! Kommen wir zuerst zum allgemeinen Teil, bevor wir uns die Feinheiten und Unterschiede anschauen. Karabiner sind grundsätzlich aus Aluminium gemacht. Es gibt auch einzelne andere Arten, verzinkte Stahlkarabiner oder ähnliches, doch die sind eher die Ausnahme. Auch Karabiner können brechen. Sie schauen zwar wahnsinnig stabil aus, haben aber ebenso ihre Werte, in denen sie scheitern. Vorgabe für alle Bruchlastwerte ist die Euronorm 12275. Diese gibt vor, dass in der Längsbelastung, also so, ein Karabiner 20 Kilo Newton standhalten muss. So, also in Querbelastung, mindestens 7 Kilo Newton und auch bei offenem Schnapper nochmal 7 Kilo Newton aushalten muss. Ob das jetzt viel oder wenig ist, dazu kommen wir in einem anderen Video. Wir werden uns ganz detailliert mal mit den Fragen, was ist Kilo Newton, was heißt das in der Praxis etc. auseinandersetzen. Das ist ein relativ komplexes Thema. Heute geht's mal nur um die Karabiner selbst. Einzeige sagt, 20 Kilo Newton, das ist eine Belastung, die man in der Regel nicht schafft. Also 20 Kilo Newton, das ist, damit kann man ein Auto ziehen, damit kann man mehrere Autos ziehen. Und in der Regel kommt das nicht dazu, dass man einen Karabiner zu Bruch bringt, sofern er noch komplett intakt ist und noch nicht 100 Jahre alt. Der grundsätzliche Aufbau eines Karabiners ist immer gleich. Wir haben hier einen Schnapper, wir haben einen Bogen, beziehungsweise einen zweiten Bogen und den Rücken, auch Schenkel genannt. Nämlich den gesunden Schenkel. Das ist vor allen Dingen im Klettern ein sehr geläufiger Begriff. In manchen Kursen hört man diesen Begriff oft, der gesunde Schenkel, der zur Wand zeigt. Anderes Thema. Aber das ist eigentlich immer der gleiche Aufbau bei jedem Karabiner. Es gibt drei Formen, die ein Karabiner in der Regel annehmen kann. Das ist einerseits eine Ovalform, dann gibt es die D-Form und die Birnenform. Birnenförmige Karabiner werden übrigens immer HMS-Karabiner genannt. Was ist jetzt der Witz daran? Ovalförmige Karabiner schauen auf jeder Seite gleich aus. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass ovalförmige Karabiner in der heutigen Zeit seine Anwendung so ein bisschen verloren haben. D-förmige Karabiner erkennt man daran, dass sie aussehen wie ein D. Das heißt, auf der Schnapperseite sind sie etwas kürzer als auf der Rückenseite. Birnenförmige Karabiner, die gibt es übrigens in groß und klein, aber Birnenform bleibt Birnenform, zeichnen sich dadurch aus, dass der obere Bogen deutlich länger ist, als es der untere Bogen ist. HMS-Karabiner zeichnen zusätzlich dazu noch aus, dass sie schraubbar sind, beziehungsweise in einer anderen Weise der Schnapper eine Hintersicherung bietet. Die HMS-Karabiner, die werden vielseitig eingesetzt und kommen heutzutage am häufigsten in Einsatz. Grundsätzlich unterscheidet man bei den Verschlussarten zwischen vier Arten, an einen Karabiner schließen zu können. Das erste wäre der Schnapper. Das sind die klassischen Karabiner, die bei Express-Schlingen beim Klettern in Einsatz kommen. Wer selbst klettert oder vielleicht schon mal irgendwo ein Video vom Klettern gesehen hat, kennt diese Dinge. Sie haben keinen Verschluss oder ähnliches, sondern man kann sie öffnen und schließen mit einem Finger und sehr schnell. Dann gibt es die Schrauber. Die Schrauber zeichnet aus, dass sie im Prinzip ebenfalls ein Schnappkarabiner sind, mit einem Gewinde am Schnapper, der das Ganze dann fixiert. Somit kann ich ihn nicht mehr einfach so öffnen, sondern muss das Ganze erst aufschrauben und dann habe ich problemlosen Zugang zum Karabiner. Verschlussform Nummer drei ist der Twistlock. Hier habe ich jetzt gerade keinen Karabiner da. Der Twistlock zeichnet sich dadurch aus, dass ich zwei Bewegungen brauche, um den Karabiner zu öffnen. Einerseits eine Drehbewegung, so wie sie beim Tri-Lock auch der Fall ist, dazu komme ich gleich. Und andererseits dann die Drückbewegung, so wie es beim Schnapper der Fall ist. Das ist ebenfalls eine Bewegung zum Öffnen. Hier habe ich jetzt noch einen Ball-Lock in der Hand. Im Prinzip ist das ein Tri-Lock, denn das bedeutet, dass man drei Handgriffe braucht, um ihn zu öffnen. Beim Ball-Lock-Karabiner sind hier drei Handgriffe. Das Reindrücken des Balls, das Drehen des gesamten Verschlusses und das Öffnen des Schnappers. Deswegen Tri-Lock oder Ball-Lock-Karabiner. Tri-Lock funktioniert ähnlich, nur statt dass ich den Ball reindrücke, schiebe ich den gesamten Verschluss nach oben, drehe ihn zur Seite, drücke den Schnapper hinein. Beim Ball-Lock finde ich das etwas intuitiver und einfacher, deswegen verwenden wir eigentlich nur Ball-Lock-Karabiner. Twist-Lock-Karabiner sind eben zweifach versichert, also eine Drehbewegung. Wenn ich den Ball jetzt hier nicht hätte, wäre es zum Beispiel ein Twist-Lock. Das heißt, drehen und reindrücken. Verwenden wir persönlich gar nicht, aber kann man sich auch kaufen. Ja und jetzt die große Frage, wo macht welcher Karabiner Sinn? Also wenn ich da jetzt sage, so ist es und genau so ist es, dann werde ich wahrscheinlich viele negative Bewertungen erhalten. Denn ein Rezept für die Verwendung von Karabinern gibt es nicht. Eins steht aber fest. Es gilt Murphy's Law. Das heißt, alles was schief gehen kann, wird schief gehen. Und bei Karabinern ist es so, dass man immer sich vor Augen halten muss. Jeder Karabiner, der aufgehen kann, wird aufgehen. Und mit diesem Gesetz im Hinterkopf ist es eigentlich relativ einfach einzuschätzen, welchen Karabiner ich wo verwenden möchte. Möchte ich einen Schnapper-Karabiner als Karabiner für mein Sicherungsgerät verwenden, an dem mein Leben bzw. das Leben meines Partners hängt? Eher nicht. Denn gerade am Gurt kann es schon leicht mal sein, dass sich der irgendwo festhängt, öffnet und dann kann das Sicherungsgerät ungehindert rausrutschen. Bei einem Schraubkarabiner kann das Ganze, wenn er zugeschraubt ist, nicht passieren. Übrigens der beliebteste Fehler beim Verwenden von Schraubern ist der hier. Nicht zugeschraubt. Ganz wichtig, habe ich einen Schraubkarabiner, dann schraube ich ihn zu. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, es ist eine Sache der Gewohnheit, er wird immer zugeschraubt. Doch ganz kurz und knackig, wofür kann ich welchen Karabiner richtig gut brauchen? Kommen wir zur Materialbefestigung. Wenn ich an meinem Gurt Material befestigen möchte, kann ich entweder einen super leichten Alu-Materialkarabiner verwenden. Wenn ich sowas nicht zur Hand habe, kann ich mir aus einer Expresse einen Schnapper aushängen und den dann an meinem Gurt hängen. Die sind die leichtesten genormten Karabiner und an denen passt auch etwas Material dran. Sehr praktisch, man hat ihn schnell bei der Hand. Ebenfalls für das Klettern sind die Schnapper am besten. Sie werden für Zwischensicherungen verwendet und in Form von Expressschlingen kann man sie dann einfach in die Zwischensicherung einhängen. Sie müssen schnell aufgehen, leicht aufgehen. Da muss man viel schauen, welchen Karabiner habe ich im Handling gut? Geht er mir zu schwer auf der Bügel? Will ich einen Drahtbügel? Will ich einen festen Schnapper? Das sind alles Sachen, das sind Feinheiten dann fürs Klettern. Aber im Prinzip kommen bei Klettereien als Zwischensicherungen die Schnapper zum Einsatz. Zum Verwenden von Sicherungsgeräten empfehlen wir immer einen Schraubkarabiner zumindest oder wenn man möchte auch einen Try-Twist- oder Ball-Lock-Karabiner. Warum? Ganz einfach hatten wir gerade noch, die Karabiner gehen von selbst auf, diese Karabiner, wenn sie zugeschraubt sind, gehen nicht auf. Der geht ebenfalls nicht auf. Es ist also unmöglich, dass das Sicherungsgerät mir abhanden kommt oder in irgendeiner anderen Weise sich da etwas tut am Karabiner unten, das vielleicht den Sicherungsvorgang stören könnte. Für Standplätze, Selbstsicherung, Abseilen, eigentlich alle Vorgänge im alpinen Gelände bzw. am Fels empfehlen wir definitiv Schraubkarabiner. Auch hier ist der Schnapper einfach zu unsicher und deswegen die Schrauber. Wenn man jetzt zum Beispiel am Gletscher unterwegs ist, würde ich in der Regel sogar Try-Lock-Karabiner empfehlen. Das hat den einfachen Grund, dass es am Gletscher häufig dazu kommt, dass wenn man anderthalb Stunden am Gletscher unterwegs ist, einem gern mal langweilig wird und man an seinem Karabiner herumspielt. Wenn man aber gerade, wenn dann der Spaltensturz passiert, man mit seinem Schraubkarabiner herumspielt und der gerade offen ist, dann kann es zu unschönen Situationen kommen, die es tatsächlich schon gab. Deswegen der Try-Lock-Karabiner gegen die Langeweile. Wobei, man muss ehrlicherweise sagen, man kann mit dem auch ganz gut spielen. Jetzt haben wir den HMS-Karabiner noch nirgends untergebracht und deswegen jetzt zur HMS-Sicherung. Wobei generell für alle Sicherungsgeräte ein HMS-Karabiner sinnvoll ist, weil er vorne so viel Spielraum bietet und flexibel ist. Aber gerade bei der HMS-Sicherung, da brauche ich Platz, denn die HMS-Sicherung ist die direkte Seilsicherung über den Karabiner. Die ist relativ breit und deswegen muss er hier einen sehr breiten oberen Bogen haben, damit da genug Platz ist für die sichere Sicherung. Wie jetzt sicher schon aufgefallen ist, gibt es Karabiner in groß, mittel, klein, sehr klein. Material-Karabiner, Schnapper sind in der Regel wirklich klein. Dann gibt es sehr, sehr große HMS-Karabiner, hier in Form eines Try-Locks. Dann gibt es mittlere HMS-Karabiner. Es gibt auch relativ süß kleine HMS-Karabiner. Man muss wirklich schauen, was man tun möchte und muss sich dann überlegen, brauche ich viel Platz auf dem Karabiner oder nicht. Zum Beispiel verwende ich einen HMS-Karabiner als Material-Karabiner für meine ganzen Express-Schlingen, wenn ich unterwegs bin. Da brauche ich viel Platz, dann nehme ich mir in der Regel einen riesig großen HMS-Karabiner, damit möglichst viele Expressen draufpassen. Wenn ich jetzt nur einen Tuber oder so einhängen möchte, zum Beispiel zum Nachsichern, dann reicht ein ganz, ganz kleiner Karabiner in der Regel schon aus. Das muss dann auch kein HMS-Karabiner sein, kann im Prinzip auch ein ganz normaler Schrauber sein, ein D-förmiger Schrauber zum Beispiel, wie dieser hier. Das funktioniert dann genauso. Deshalb, Größen sind so ein Thema für sich. Auch das Gewicht ist sehr unterschiedlich. Und übrigens, falls ihr nachlesen möchtet, wie die Kilo-Newton-Bewertung eures Karabiners ausschaut, wie gesagt, Euronormen müssen sie, damit sie verkauft werden dürfen, alle erfüllen. Erfüllen, aber manche sind eben dicker und robuster gebaut und können dadurch auch mehr Last aufnehmen. Und das kann man dann wirklich am Karabiner selbst direkt nachlesen. Da steht zum Beispiel dann, Kilo-Newton in der Längsbelastung 23, in der Querbelastung 10 und bei offenem Schnapper 8 erfüllt die Euronorm ideal und sogar noch darüber hinaus. Es gibt aber auch Schnapper zum Beispiel, die gerade so an der Grenze der Euronorm sich bewegen. Trotzdem sicher genug. Allgemein kann man zur Auswahl der Karabiner sagen, dass es in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen liegt, zu bewerten, welchen Karabiner möchte ich für welche Situation verwenden. Wenn Bergführer unter sich unterwegs sind, dann geht es häufig so zu, dass man Karabiner für Dinge verwendet, die dafür laut Lehrmeinung nicht verwendet werden sollten. Da wird auch mal schnell über einen Schnapper nachgesichert etc. Das würden wir aber nicht empfehlen. Das entspricht nicht der Lehrmeinung. Das ist jedem seine eigene Entscheidung. Wir empfehlen für Sicherungsgeräte und alles am Fels, abgesehen von den Zwischensicherungen, immer mindestens einen Schraubkarabiner zu verwenden und den auch entsprechend zuzuschrauben. Für Zwischensicherungen die Schnapper und für alles andere kann man dann wirklich individuell abschätzen, was macht Sinn oder nicht. Wie gesagt, Murphys Law oder sagen wir mal das Karabiner Law, jeder Karabiner, der aufgehen kann, wird aufgehen. Ich finde, das ist eine hervorragende Art zu bewerten, welchen Karabiner ich mitbrauche oder nicht. Mehr kann ich euch über Karabiner eigentlich gar nicht mehr erzählen. Wie gesagt, zum Thema KiloNewton wird es bald ein eigenes Video im Bergstangengrundlagenkurs geben und deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Bis zur nächsten Woche, am Dienstag geht es weiter mit Grundlagen Nummer 2, das Klettern im leichten Fels. Da brauchen wir dann keine Karabiner. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert für den weiteren Kurs und bis zum nächsten Mal, wie immer, bergheil! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.